Ich würde sagen, wir stellen schon mal ein paar Klassen ein, zusammen. Ihr müsst schauen, guck mal, ich habe Sau, Sau, aber die schlimmste Sau-Klasse für ein Video, wo ich wie ein Noob spiele. Eine VMP-Klasse und dann nichts mehr. Dann nichts mehr. Mehr habe ich nicht gespielt. Mehr nicht. Nur das. Okay, jetzt ich so mal einfach her schaffst, okay? Und gucken, was für Lobbys kommen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Black Ops 4 live on stream spiele. Das erste Mal. Noch nie passiert. Noch nie. Mein erster Stream auf YouTube war BO4. Ja, moin, dann habe ich nichts gesagt. Schauen wir uns die Lobby an. Ah ja, okay, wir werden gespawnedrapped. 47,220, dann gehe ich direkt wieder raus. Und solche Lobbys, jetzt stellt euch vor, man nimmt den ganzen Tag auf und findet nur diese Lobby, diese Lobby, nacheinander, immer wieder diese Lobby. Es gibt Tage, da nimmt man auf, hat wirklich die besten Lobbys der Welt, aber manchmal nimmt man drei, vier Stunden auf und hat nichts. Ich suche einfach mal vorgestellt, was haben wir denn da? Söldner. Ja, komm. Hier sollten wir was finden. So, jetzt zeige ich euch kurz die Settings, Leute. Ihr seht das? Leute, ich würde die Settings nicht nachmachen von Cem. Ja, perfekt. Hier könnt ihr nochmal reinschauen. Ihr könnt auch anhalten, einfach um die anzuschauen. Oder ein Screenshot machen. Oder ein Screenshot machen. Anhalten, ein Screenshot machen. Ja, perfekt. Habt ihr es gehört? Was? Bei mir ist jemand im Game Chat. Ne, er sagt aber nichts. Mann, dieses Scheiß. Er heißt doch nicht Z. Love, Haze, 420. Bro, wie kann man so einen uneinfallsreichen Namen haben? Oh mein Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Wir werden euch holen. So, na komm. Ich hab keine Secondary. Dieser Z. Love, Haze, ist so warm. Ich liebe Arsenal. Scheiß VMP-Wichser. Oh je. Z. Love, Haze. Feindliches Scharfschützenness. Wer denn von denen? Devil? Ja, Devil, 6 zu 2. Let's go. Mein Team hat Scharfschützenness kassiert, obwohl ich 8 zu 3 stehe. Oh, ist schon kaputt. Let's go. Ne, dann geht deine Runde noch. Hat gerade angefangen, aber ich würde rausgehen, wenn du willst. Ja, dann würde ich, also meine ist gleich zu Ende. Noch fünf Kills. Ja, wenn die zu Ende ist, sag Bescheid. Wir reden mal kurz mit dem Ehren mal. Yo, Bro, was geht ab? Ey, gerade gar nichts, Digga. Ich bin so sehr nervös, Digga. Echt? Warum? Ja, Digga, ich gucke mich seit Jahren und ich versuche auch viel von dir zu lernen. Und alles. Mann, das freut mich echt zu hören, Bro. Ja, ich freu mich bei. Ich supporte dich. Ich mache alles, Digga. Danke dir wirklich. Seit wann bist du dabei? Seit wann schaust du? Ich gucke dich schon seit Black Ops 2 Zeiten zu, seitdem du angefangen hast. Mit Haptic nur. Ne, angefangen habe ich ja mit Haptic Rush und dann zu Haptic und dann wieder zu Haptic Rush sozusagen. Ah, Digga. Aber ich bin gerade so sehr nervös. Kein Problem, Digga. Du brauchst nicht nervös zu sein. Die gucken übrigens gerade 2.000 Leute live zu, ne? Oh, Digga. Echt jetzt? Ja. Boah, scheiße. Können wir danach noch eine Runde machen? Ich bin gerade so nervös, Digga. Ne, ich zeige jedem, dass du 6 zu 6. Nein, Spaß, Spaß, Digga. Alles gut. Oh, Digga. Wie viel der Rosen, wie viel Rosen, ne? Oh, Mann. Boah, Digga, ich habe gedacht, ich fall vom Glauben ab, Alter. X, G, R, Z, Love, Haze, 4, 20. Das ist doch ironischer Name, oder? Das meinst du nicht? Ernst. Ja, ja, ist ironischer Name. Ja, okay. Okay, dann ist wieder lustig. Und im Hintergrund ist jemand, der redet. Das ist dein kleiner Bruder. Ne, ne. Ich hätte immer Bock gegen dich ein 1 gegen 1 zu machen. Das war schon immer mein Traum. Ja, aber Bro, das Ding ist, wenn ich einem 1 gegen 1 zusage, muss ich so jedem zusagen, weißt du? Das wäre unfair den anderen gegenüber. Ja, stimmt. Deshalb lass ich es einfach direkt sein. Wie bist du zur COD gekommen eigentlich? Also so gut auch und so fest entschlossen. Ähm, ich hatte mal einen Kollegen, der hat Black Ops 1 gespielt auf der Xbox und habe bei ihm zu Hause gespielt und ich hatte eine Wii und dann habe ich es mir für die Wii gekauft und dann wurde ich süchtig eigentlich. Und dann kam halt MV3 raus und da habe ich 700 Morps oder so gemacht. Also da habe ich komplett tot gesucht. Ja, das habe ich in einem Video gesehen, wie du es gesagt hast, auf verschiedenen Accounts, glaube ich, ne? Ja, genau. Deshalb denke ich, war das so die Zeit, wo ich ein bisschen besser geworden bin, weil ich so viel gespielt habe. Und dann kam halt BO2 und da habe ich mit YouTube angefangen. Ach so, kann nicht eigentlich viele hören aus deinem Chat da? Ja, jeder hört dich. Ja, weil dann würde ich nämlich sagen, jo Leute, supportet ihn weiter, lasst alle ein Abo da und folgt ihm alle weiterhin. Er ist Ehrenmanns. Korrekt, Digga, korrekt. Ich ziehe dann jetzt auch weiter, weil meine Freundin wartet. Wir zocken jetzt zusammen, ja? Ach so, Yonsha, ja. Ja, genau. Aber hat mich gefreut, Bro. Z, Love, Haze. Wie heißt du eigentlich? Ich bin, ich heiße Patrick. Patrick, okay Patrick. Danke, hat mich wirklich gefreut. Danke auch für die coolen Worte am Anfang. Wirklich. Ist nicht selbstverständlich. Bitte, bitte, nichts zu danken. Hau rein, Bro, bis dann. Viel Spaß noch. Hau rein. Ciao. Ciao, ciao. Oh, was ein Korrekter, oder? So, ich bin da. Was? Ich bin da. Ja, okay, ich verlasse meine Runde. Was hast du gemacht? Ich habe mit jemandem im Gamechat geredet, der hieß Patrick, der war so süß. Hast du ihm einen geblasen? Ja. Was hast du von ihm? Der Daddy? Was nochmal? Ich habe dich eingeladen. Lass du sein, Daddy, so wie meiner. Alter, was hast du als Visitenkarte? Das ist irgendwie sehr pervers. Hä? Was, hä? Da ist doch nur jemand ein Hotdog, sonst nichts. Sag die mit dem Emblem. Guck mal ihr Emblem an, Leute. Das ist ihr Emblem. Ich hatte ein Y, Cem hat ein C daraus gemacht. Ja, ich habe daraus ein C gemacht. Und jetzt? Darf ich nicht? Dann beschwer dich nicht. Nee, ich habe aus dem Schlimmsten wenigstens noch was Gutes rausgeholt, weißt du? Die Lobby sieht echt aus, oder? Die sieht lecker aus. Da würde ich auch auf Grind drinbleiben und mal ordentlich reingrinden, oder? Das war ein saftiger Witz, oder? So saftig wie die Schenkel von... Oh, ich will, are you the one? Äh, von wem? Bevor es Wetter geht, eine Frage aus dem Ausendienst. So, und ich brauche nochmal eure Hilfe, Leute. Beziehungsweise eine Frage, sollte ich am Montag, wenn ich entbannt bin auf Twitch, hier von Teneriffen einen Stream machen, eher ein Stream, wäre, glaube ich, ganz lustig. Weil, no hablo espanol und überall hier espanol. Antworten in die Kommentare. Was für ein Prestige bist du? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit den Zeichen bis heute nicht aus. Also, ich schau mal kurz, ey, ich glaube, ist das vier, wenn ich... Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das ist fünf. Ich bin mir aber nicht sicher. Meine Waffen sind alles so guuuut. Die Gegner sind echt nicht schlecht, ne? Komm, das ist anstrengend. Echt nicht? Ne. Das ist ein Sucher. Ihr, dein Sucher, Alter. Ja. Oh, mein Gott, habt ihr es gesehen, Chatt? Wuhuuu Ich bin hier mit der BAB Das ist für vorne Weil diese Gehner Chamsere Kotlers gefebt haben und zu tritt in einen Tunnelkampen habe ich inziden das Raust zu karten Prallen so 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 oh mein Gott Na ganz, mann around Das ist wirklich krass Oh Hast du gehört? What the fuck, ja, hä, warum? Hä, warum werde ich beleidigt? Ich mach schon mal meinen Mic bereit Tut mir leid, tut mir leid, du hast Twitch im Klaren und wurdest so zerstört Digga, es tut mir so leid Tut mir leid Miso ist 99 Ich wollt, ich wollt, ich wollt Die sind raus? Ja Oh mein Gott, let's go Ah Leute, die mich beleidigen werden zerstört und gehen dann raus Jetzt können wir von mir aus neu suchen Ich bin fast Ich bin fast Oboh Woh Ich bin fast auf Ich bin fast